So, ich begrüße ganz herzlich zu unserer Pressekonferenz nach dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Dazu begrüße ich unsere Zuschauer auf YouTube, die noch verbliebenen Zuschauer am Fritz-Walter-Stadion, die anwesenden Medienvertreter und ganz besonders neben mir auf dem Podium die beiden Cheftrainer, Daniel Scherning für Eintracht Braunschweig und Markus Anfang für unseren FCK. Endstand der Partie 3 zu 2 vor 45.615 Zuschauern. Und wie immer gebührt den Gästen das erste Wort. Herr Scherning, Ihre Einschätzung zum Spiel bitte. Ja, Glückwunsch Markus, Glückwunsch Lautern. Ich glaube zum völlig verdienten Sieg, das muss man so ganz klar auch sagen, auch wenn das Ergebnis hinten raus sicherlich ein bisschen knapp war. Sicherlich oder jeder Trainer wird hier seine Meinung heute haben zum Spiel, zu seiner Mannschaft. Ich glaube, dass Lautern uns heute in vielen Dingen vorgemacht hat, was du machen musst, um hier ein Zweitligaspiel auf dem nicht einfachen Boden zu gewinnen. Wir haben es eigentlich 55, 60 Minuten aus meiner Sicht überhaupt nicht gut gemacht. Wir haben ganz, ganz viele entscheidende Duelle, entscheidende Zweikämpfe auf dem Platz verloren. Wir haben unsere Box, unser Tor nicht so geschützt wie die letzten Wochen. Wir haben uns bei zweiten Bällen relativ einfach abkochen lassen. Wir haben nicht sauber geschlossen, wenn wir überspielt wurden. Und ich glaube, dass das 2-0 völlig in Ordnung geht. Vielleicht sogar noch ein Tor bis dahin zu wenig war. Wir kommen durch den Elfmeter, haben wir gerade drüber gesprochen, auch vielleicht ein kleines Geschenk für uns vom Schiedsrichter wieder rein. Und dann hast du irgendwie noch drei, vier Minuten, wo du dann auch mal mit so einem 2-1 dann oder 1-2 dann auch in die Pause gehen musst. Und wir uns dann bei einem einfachen Einwurf auch wieder abkochen lassen. Ja, schon relativ heftig heute gewesen. Wir haben keinen Spieler gehabt, der, glaube ich, so in der ersten Halbzeit an seinem individuellen Level, Performance-Level am Maximum war. Ich habe mich dafür entschieden, zweimal in der letzten Linie zu tauschen, aber auch nur nicht mehr gemacht, weil unsere Optionen auf der Bank bei der langen Verletzungsliste dann auch sehr limitiert heute waren. Und ja, die letzte halbe Stunde dann auch wieder mit ein bisschen Glück, dass es nicht 4-1 steht, kommen wir wieder rein ins Spiel, haben dann kurz vor Schluss das 3-2. Und natürlich kann es dann sein, dass du nochmal irgendwie ein 3-3 über eine Standard oder was auch immer kommst. Aber wenn wir ehrlich sind, wäre es heute einfach auch nicht verdient gewesen. Und dementsprechend sind wir über unsere Leistung sehr enttäuscht, weil die letzten Wochen das einfach nicht hergegeben haben und wir gezeigt haben, dass wir deutlich aktiver und besser Fußball spielen können. Danke. Vielen Dank. Markus, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, hallo zusammen. Erstmal danke für die Glückwünsche. Ja, wir wussten, es wird ein sehr schweres Spiel für uns gegen eine Mannschaft, die in den letzten Wochen noch immer wieder gezeigt hat, wie kompakt und wie gut sie verteidigen können und dann auch vor allen Dingen umschalten können. Das hat man auch, glaube ich, schon andeutungsweise in der ersten Halbzeit gesehen, dass sie immer wieder die Qualität haben und auch das Tempo haben, dann in den Umschaltmoment reinzukommen. Ich finde trotzdem, dass wir ein richtig gutes Spiel gemacht haben, 60, 65 Minuten lang. Wir haben uns viele Chancen herausgearbeitet. Ich glaube, Day hatte schon nach 20 Minuten zwei richtig große Chancen. Ragnar kann, glaube ich, in der ersten Halbzeit noch ein Tor machen. In der zweiten Halbzeit kann er auch, glaube ich, den Ball, glaube ich, auch noch verwerten. Dann haben wir einmal mit einer Standardsituation am zweiten Pfosten. Ja, heute muss man einfach auch dann sagen, wir haben 60 Minuten, 65 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht. Waren, glaube ich, auch in allen Bereichen, so wie mein Kollege das gesagt hat, die bessere Mannschaft. Aber wir haben nicht nachgelegt und wir haben es halt auch nur 65 Minuten gemacht. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt, der mich ärgert, weil wir es halt über 90 Minuten machen müssen. Und so kriegst du dann hinten raus, ja, aus so einer Situation noch ein Gegentor. Das ärgert mich, weil natürlich ist auch Torverhältnis dementsprechend wichtig. Und du willst natürlich auch versuchen, so wenig wie möglich Gegentore zu bekommen. Und das war dann für mich zu einfach. Und klar, Elfmeter, erste Halbzeit, ja, wir haben eben darüber gesprochen, das ist schwierig. Ist dann auch klar, wenn du dann siehst, hinten raus, so expected goal-Werte. Elfmeter ist halt auch hoch. Das zweite Tor ist dann auch dementsprechend hoch, wenn er dann alleine ist da und keiner mehr davor ist. Aber ich glaube, insgesamt war es eigentlich ein klares Spiel auf unserer Seite, ohne dass es dann am Ende aber auch so klar ausgegangen ist. Und das ärgert mich halt, wie gesagt. Und die Wechsel, die wir gemacht haben, würde ich jederzeit wieder so machen, weil ich glaube, dass die Spieler, die auf der Bank sitzen, auch einen Unterschied machen können. Heute, fand ich, haben sie durchweg alle vielleicht nicht so diese Leistung gebracht, diese Optimalleistung gebracht. Aber gut, das passiert auch mal, sind Menschen, können halt auch mal vielleicht einen schlechten Tag haben. Ich hoffe, dass wir jetzt eine gute Trainingswoche hinlegen, um dann am Freitag ein Spiel über 90, 95 Minuten so zu machen, wie wir das die ersten 60, 65 gemacht haben. Euch alles Gute. Ich glaube, ihr habt eine Top-Mannschaft, gerade was das Umschalten betrifft, das habt ihr in den letzten Wochen immer wieder gezeigt. Wir hatten doch sehr viel Respekt davor, wollten das natürlich auch dementsprechend verteidigen. Wie gesagt, alles Gute für die nächsten Spiele. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Dann ist es jetzt Zeit für Fragen, insofern es denn welche gibt aus der Runde. Das sieht nicht so aus. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche unseren Gästen aus Braunschweig eine gute Heimreise und allen noch einen schönen Sonntag. Dann représentiere mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.